Das Rezept habe ich noch Schmerz genannt und dann habe ich Schaden eingegeben. Warum? So. Bäm. Huh? Das Schaf ist mit einem Schlag gestorben. Oh yeah. Bist du nicht beeindruckt? Warte, ich muss mich konzentrieren, was ich alles reinmache. Das heißt, ich habe dem Schaf acht Punkte abgezogen mit einem Schlag. Das Huhn ist natürlich auch sofort gestorben. Yeah. Ich glaube, das ist ein ziemlich mächtiger Zauberspruch inzwischen. Was ist das denn jetzt alles reingepackt? Alles, was ich an Schaden habe. Also, da ist jetzt Physical Damage, Magic Damage und Frost Damage drin. Und das ist ziemlich stark, darf ich mal so sagen. So. Was hast du da jetzt? Nochmal Schaden oder? Ich wollte was ausprobieren, was total lustig ist. Warte. Das hat nichts mit Schaden. Das ist überhaupt nicht produktiv. Ich habe nur ein bisschen Materialien verschwendet. Entweder willst du dich selber graben oder dich selber anzünden oder sowas. Ja, ja, warte. D.K.H. Selfdick. Ja. Würde nicht viel bringen. Oh Mann, das soll weiter dämmern jetzt. Dämmern? Was? Fuck ist es. So. Das dämmert aber nicht. Das ist doch... Warte. Das... Hä, die Sonne geht doch... Wo ist die? Ich habe geschlafen. Achso, das ist morgen. Ja, morgens dämmerts auch, du Vogel. So. Was willst du eigentlich von mir? Das Buchzeichen... Mit einer leeren Hand. Was machst du denn? Warum geht denn das nicht? Ist das der Server abgestürzt? Nö. Wie geht denn das bei dir nicht? LOL? Du hast ihn LOL genannt? Jetzt gib den her. Das ist deins. Hey, jetzt hast du... Was ist denn jetzt das jetzt? Was ist das jetzt hier? Ich glaube, hier habe ich dupliziert. Projectile Self-Heal. Ja. Na, das ist ja... Aber was ist mit deinem LOL-Zauberspruch? Was ist das? Aber hier ist nichts... Hier wird nichts angezeigt. Du musst erst... Na, du musst erst mal deine... Deine Blank-Rune reinschmeißen. Wie immer. Und dann geht's erst los. Ah, ich sehe schon, was du hier gemacht hast. Doch, du sollst doch nicht jetzt reingucken. Du brauchst... Du brauchst einen Mana-Cake. Kann man den überhaupt herstellen? Ich habe doch einen. Ja, aber Frage, ob man einen herstellen kann, wenn man einen braucht. Mir egal, ich habe einen. Ja, kann man. Aus Blumen, Zucker und Weed. Ah ja, natürlich. Warum nicht? Wo sind jetzt meine Runen? Verdammt. Ich werde mal gucken. Ob wir nicht hier... Wir haben keine Runen mehr. Kann das sein? Ich weiß nicht. Oh, Moment. Mir fällt gerade was ein. Du hast die. Nein. Aber der Server war immer noch auf Peaceful. Jetzt ist er wieder auf Hard. So, das hatte ich vergessen. Hast du das ganze Cobblestone oder haben wir kein Cobblestone mehr? Ja, wir haben sehr wenig Cobblestone. Ich habe hier nur 16. Ich weiß nicht, warum wir so wenig davon haben. Da liegt's. Da liegt's. Da. Das hatte ich rausgenommen für die Runen. Ich weiß nicht, warum wir so wenig Cobblestone haben. Irgendwo muss das geblieben sein. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt nochmal in den Nether gehen, um was Feines vorzubereiten. Mann, ich finde das nicht gut, dass du einfach reingeglotzt hast in das Buch. Ach. Nee, finde ich wirklich nicht. Du wolltest mich nur wieder trollen. Ja. Warum? Warum nicht? Du hast es verdient. Warum? Frag doch nicht immer. Nimm es so hin. Ich nehme es aber nicht hin. Ich finde nicht, dass ich das verdient habe. Das ist vielleicht sogar... Wir haben kein Windchirmdust mehr. Naja, das habe ich bei mir. Mann, wir brauchen diese verdammten Nether-Pouches. Äh, 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 äh. Jetzt gibt mir ein Windchirmdust. Ja, ich bin gerade im Nether. Ich komme zurück. Und stirbt vorher. Oh. Heilige Scheiße. Direkt an dem Portal stehen, glaube ich, vier Nitro-Creeper. Ich würde ein bisschen warten, bis wir wieder zurückgehen. So, hier ist Windchirmdust, Arrow, Feather, Snowball, Lapis, ne Blank Rune, Iron, Stick, Rose Red, Purple Dye, Blue Dye, Wool. So, das ist alles, was ich an Materialien rausgenommen hatte. Okay, danke. Weil das waren, wie gesagt, die letzten Sachen. Ja, happy sterbigen, ne? Gut. Ich werde erst meinen Parcours-Zauber-Spruch aktivieren und dann in den Nether-Geben sofort wegspringen. Da passiert schon nix. Oh. Ah. Siehste, das war eine gute Sache. Ha. Ich bin aus dem Portal rausgekommen und sofort runtergefallen. Ohne meinen Parcours-Zauber-Spruch wäre ich jetzt durch den Sturzschaden gestorben. Was ist das denn? Ein Maschuh? Ein Sturzschaden ist, wenn man zu tief fällt und dadurch stirbt. Ah, laber mich nicht voll. Du hast gefragt, was ein Sturzschaden ist. Was wolltest du wissen? Okay, ich hab schon. Und zwar ein Mushroom. Einfach nur. Die heißt nur Mushroom. Na, den ganz normalen Mushroom. Haben wir welche? Ich weiß nicht, ich muss nachgucken. Ich bin im Nether. Entweder einen braunen oder einen roten. Ja, aber... Ja, das ist ein brauner, der angezeigt wird. Also nehme ich mal den braunen lieber. Ja, dann nimm lieber den braunen. Genau, wenn der einen braunen will, nimmst du den braunen. Sag mal, wo findet man Netherboard? Das findet man doch eigentlich überall, oder nicht? Oder nur in den... Nur in den Dungeons. Ich muss mich konzentrieren. Du kannst mir also nicht mal Ja oder Nein sagen. Nein. Stell die Frage nochmal in Netherboards. Ja, wo findet man die? Die sind doch immer in diesen Zwischenhöhlen, oder nicht? Also findet man die nur in Dungeons, nicht draußen irgendwo. Ich glaub in Dungeons nur. Aber ich bin mir grad nicht so sicher. Ich bin der Meinung, gemoddetes Minecraft hat das auch immer ein bisschen draußen. Ja, das kann ja natürlich wieder ganz anders sein, ne? Da hab ich keinen Einfluss drauf. Ja. Scheiße, Mann. Das wär aber eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt was finden würde. Ja, gut ist es immer. Da würde ich dir was ganz Feines machen. Nein, willst du nicht? Doch, das würde dich bestimmt erfreuen. Ja, wie das Ei, ne? Sieh doch nicht immer das Negative in mir. Ja, es gibt immer nichts Positives in dir. Fohl. Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Nein. Aber du willst mich hier trollen mit irgendeinem Zauberspruch. Ja, hast du es ja auch verdient. Nein, hab ich nicht. Hast du wohl. Haa. Heul nicht rum, oder sterbeweise. Mann, scheiß, Fledermäuse. Gott, ey. Diese Fledermäuse machen mich fertig. Was hat Gott jetzt damit zu tun, dass du unfähig bist? Ja, dann muss ich halt auf den Teufel schimpfen, wenn ich gerade in der Hölle bin. Oder wie? Ja. Ja, ja, ja. Warum ist hier kein Nether-Word? Ich will da nur eine kleine, feine Sache basteln. Wee. Die den Glenvan bestimmt freuen würde. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ein Gold-Nugget. Die Verschwendung, seit es Gold gibt, ey. Ja, weil immer was übrig bleibt, ja? Nee, weil es unglaublich viel Gold braucht. Nee, ich meine nur... Und letztendlich von der Masse her sieht das viel kleiner aus. Ja, nur du kriegst immer neun Nuggets aus einem Ingot, aber du brauchst irgendwie immer nur vier. Und da bleibt immer was übrig. Das ist eine Verschwendung. Wie ich das sehe. Ja, wir haben noch Gold. Sehr schön. Oh, ich bin ein Level aufgestiegen. Hurra. Hat mir aber irgendwie nichts gebracht. Nee. Das ist doch genau so unfähig wie vorher. Nein, es wäre ja schön gewesen, wenn ich jetzt einen neuen Eintrag bekommen hätte mit Bossen in meinem Arkane-Compendium. Aber habe ich nicht. Ein Spinnenauge. Das haben wir definitiv, weil ich mega viele Spinnen geschlachtet habe. Ja, weiß ich auch, dass wir das haben. Habe ich vorhin gesehen. Zu irgendeinem Grund. Mann, was ist denn? Das ist doch scheiße. Was soll ich denn mit dem ganzen Käse? Essen? Nee, das ist aber zu viel. Das ist zu viel Käse. Das geht nicht. Boah, das gibt es wirklich. Also ich liebe ja so Käse überbackenes Zeug. Aber, wenn man es übertreibt, so wie ein, okay, es war ein ekliger, es war ein Gauder. Der ist ja ziemlich geschmacksneutral, möchte ich mal fast sagen. Und ziemlich zäh, wenn der ein bisschen abkühlt. Und dann haben wir Pizza bestellt mit extra Käse drauf und Käse im Rand. Und ich glaube, nach dem zweiten Stück mussten wir uns fast übergeben. Ja, Overkill. Ja. Man meint ja immer, es gibt kein Käse-Overkill, aber den gibt es wirklich. Ah! Vulcanite! Ach, sorry, ich dachte, du stirbst wenigstens. Ich bin geil. Nein. Äh, wenn, wenn ja, dann bin ich einfach raus hier, ne? Nein, 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 nein. Vulcanite hat Harvest-Level Kobalt. Ich komm nicht ran. Es ist hier und ich kann es nicht abbauen. Ja, dann mach den Waypoint und hol nicht rum. Aber ich weiß nicht, wie ich es abbauen kann. Ein Spell-Parchment. Die haben wir wirklich nicht mehr. Ne. So, Vulcanite. Save. Jetzt hab ich es gefunden, ich kann es nicht mitnehmen. Okay. Jetzt muss ich gucken, was Mining-Level Kobalt hat. Klar, eine Kobalt-Pickaxe, das ist aber ein bisschen schwachsinnig. Stick-Stick-Paper. Steel-Pickaxe, ja doch. Molden-Steel. Molden-Steel, wie bekomm ich denn Molden-Steel? Ah, nein, jetzt hab ich das wieder zurückgetan. Manganese und Iron. Ach, scheiße, das muss ich... Ja, okay. Okay. Okay, okay. Hab ich das Paper wieder zurückgetan? Ich werde jetzt... Sterben. Hier ist noch mehr Vulcanite. Und mich in Ruhe lassen. Ich weiß jetzt, wie wir Vulcanite abbauen können, wie wir Mining-Level Kobalt bekommen. Ja, schön für dich. Wir müssen nämlich Steel in dem Tinkers-Construct-Furnace herstellen und nicht einfach so im Crafting-Table. Richtig. Hab ich dir schon vor zehn Folgen gesagt. Wenn wir das machen, dann können wir Mining-Level Kobalt bekommen. Wie komm ich denn jetzt hier raus? Wo ist denn der Waypoint? Äh, ich hab mich verirrt. Hallo, Glendon? Hallo. Kommst du mich retten? Nein. Das ist so wie der Augenblick in Pokémon, wenn du gedacht hast, ach was, ich brauch kein Fluchtsail kaufen. Und dann stehst du in der Höhle und wünschst dir, du hättest eins. So fühl ich mich gerade. Apropos Pokémon, das ist übrigens der Grund, warum ich mir einen neuen 3DS holen werde. Ja, das ist auch der Grund, warum ich mir einen geholt hab. Ja, aber den neuen, ich warte ja noch bis zum 13. Februar. Ja, keine Ahnung, ich hab mir halt einen geholt. Aber ich hab ja den limitierten mit Pokémon Air Paintbrush drauf. Ich find den nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Ich will einfach nur ein schwarzes, schlichtes Teil haben. Mir war's das wert. Wenn ich das nur wegen einem Spiel kaufe oder wegen einer Serie, dann darf das auch was Besonderes sein. Ach ja, und das stimmt gar nicht, das ist nicht das einzige Spiel, was ich spielen möchte, sondern Link Between Worlds möchte ich auch noch spielen. Ach ja, Link hat mich irgendwie nie so gefesselt, ich weiß nicht. Oh doch. Hat mich nie so, fand ich immer, ne. Vor allem, also die 3D-Zeldas mag ich nicht mehr so wirklich, aber obwohl viele sagen, dass sie die Besseren sind, wahrscheinlich, weil die Handlung auch besser erzählt ist, ich hab keine Ahnung. Aber ich find, diese 2D-Zeldas haben ihren Charme und sie sind für mich die einzig Waren. Und dieses Link Between Worlds ist ja auch 3D, aber mit so einer Perspektive von oben, dass es sich wie diese 2D-Teile spielt. Das macht's für mich wieder interessant. Ich hab mir zwar für die Wii U, hab ich mir Wind Waker HD geholt, aber ich komm schon nicht weiter. Was war das jetzt eben? Wieso bist du nicht geschrumpft? Was hast du getan? Äh, bei mir steht aber Effekt shrunken. Der Effekt steht bei mir, warte mal. Ja, guck mal, ich kann durchlaufen, aber man sieht es nicht. Schade. Das ist ja blöd, man sieht den Effekt nicht, aber er funktioniert. Ey, das ist aber cool, das heißt, ich kann nur einen Block hoher Tunnel bauen. Ja, ich find's aber sehr schade, dass man den Effekt nicht sieht, hätte ich jetzt gedacht. Oder was sollte das denn? Aber ich level gut mit dem. Okay, da bin ich mehr. So. Ich mein, ich hab ganz schön Probleme, die Blöcke zu setzen, weil ich eigentlich kleiner bin, weißt du? Der setzt die denn nicht da, wo mein Fadenkreuz hinzeigt, sondern woanders, dazwischen irgendwie. Also lass das mal, find ich nicht so komisch. Ich dachte, das wär jetzt total witzig, ey. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, da steckt mehr hinter, aber irgendwie nicht. Boah, das macht mir das voll schwer, irgendwo hinzuklicken. Hab ich voll Probleme mit. Haben wir denn keine Sticks? Egal. Ne. So. Ich werde jetzt eine Pickaxe bauen, mit der wir Kobalt-Mining-Level haben. Okay, und ich schmelze Sachen ein. Wie? Die, die ich aus dem Neta hab. Ach so, natürlich. Aber es geht schon wieder nicht weiter. Ist die da verstopft oder was? Funktioniert was nicht, ja? Ähm, und zwar Lemberite-Ohr und Salpeter-Ohr geht nicht weiter. Ne, guck mal, das, das muss nur, ja, dann, dann hat die Maschine vielleicht gerade zu tun. Ach so. Dann warte einfach mal. Äh, wenn die gerade was anderes drin hat, dann exportiert er das nicht. Okay. So. Also kein Grund zur Panik. Wenn es jetzt in 10 Minuten immer noch dasteht, dann geh ich rein und guck mal nach. Aber so ist es egal. Kannst du noch zwei, zwei Gold-Ingots mitbringen? Ach, ist egal. Ja, mach ich. Ich bin schon da. Nein, ich hab's. Na schön. Ich vergesse mal, dass der, dass der Computer in deinem Haus ja auch ist. So. Na, dann komm mal. Ich, äh, erscheine. Ist egal. Wie auch immer. Ach ja, und, äh, ich brauch noch den Cast für eine, für ein, äh, Tool-Binding. Was soll das denn? Nein, zwei In-Gots. Du hast Nuggets gesagt. Kannst du noch zwei, zwei Gold-Ingots mitbringen? Ach, ist egal. Ach, ist egal. Ich hol mir mein Kram selber. Boah, ey. Voll frech ist der ja. Äh, so, Gold. Zwei Gold-Ingots. Was heißt das, ich wäre ja undankbar, weil er mir die Sachen immer holt. Ein Cast? Tough-Binding. Ich brauch mal normales Binding-Scheiße. Ich muss dringend leveln, aber ich weiß nicht wie. Ja, ich weiß ja auch nicht so wirklich wie. Wir müssen gegen Monster kämpfen. Keine Ahnung. Wir brauchen unbedingt einen Boss-Kampf. Ja. Aber darf ich ja irgendwie noch nicht. Nein. So, Stone-Binding. Da brauch ich aber noch mehr Gold. Es gibt auch, ähm, kabellose, kabellose portable Einheiten für den Computer. Nein, nein. Dann könnten wir hier kabellos auf den Computer zugreifen, wenn wir in der Umgebung sind. Dann müssten wir nicht immer ins Haus rennen. Das kann man machen. Muss man aber nicht. Aber braucht halt kontinuierlich Strom. Das ist die Sache. Gut. Dann habe ich hier Stone-Pickax-Head. Warum schmilzt denn das scheiß Stahl nicht? Welches Level bist du denn eigentlich? 14. Bin vorhin aufgestiegen ein bisschen. Okay. Mit Touch-Dick, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht noch mit dem Schadensspruch. Der hat jetzt allerdings so viel, der braucht so viel Mana, also der ist jetzt wieder nicht so gut. Weil ich zu viele Effekte drauf habe. Ey, Touch-Dick macht nur mit jedem zweiten Mal ein XP, ey. Das ist überhaupt nicht effizient. Ja, nein. Ja. Wobei, warte mal, es kommt drauf an, was man abbaut. Meinst du? Ja, ich sehe das gerade. Ich baue hier gerade etwas ab und das gibt mir 1 bis 2 pro Dings. Aber Dirt gibt mir nur 0,5. Was hast du denn abgebaut, was mehr gibt? Irgendein Gravel mit was drin. Ein Copper-Gravel-Ohr. Ach so, das ist so gut wie ein normales Ohr, ja. Das ist wahrscheinlich effektvoller. So, Multen-Ignatio. Oh, Sand gibt sogar 3 pro Sandblock. Sand gibt 3, das glaube ich nicht. Doch. Ja, aber nicht immer. Ne, nicht immer. Siehste. Ich habe es wahrscheinlich jetzt zu oft abgebaut. Da baue ich mal einen Baum ab. Vielleicht hat es irgendwie so einen Cooldown oder so. Dass du nicht das gleiche so oft hintereinander abbauen darfst. Was mache ich eigentlich? Ich hätte doch eine komplette Steel-Pickaxe machen können. Ein Ingot. 0,5. 0,5. Großartig. Hier ist ein Höhlengeräusch. Ein Höhlengeräusch? Ja. Und willst du das erkunden oder ignorierst du das? Ich ignoriere das. Eiskalt ignoriert. So, ich habe jetzt eine Steel-Pickaxe. Dann gehe ich wieder in den Nether, baue Vulcanite und dann haben wir endlich Ender-Pouches. So. Du darfst dich übrigens schon mal auf die zweite Staffel Magier-Zurkel freuen, weil ... Nein. Doch. Weil du mich da noch mehr vorführst. Nee. Weil da ist nämlich der Fortschritt deutlich besser als in dieser Mod hier, in dieser anderen Magie-Mod. Da gibt es eigentlich nie Stillstand. Da kannst du ständig neue Zauber machen und ... Ist das nicht mehr Ars Magica? ... und hast irgendwas zu tun. Nein. Die zweite Staffel ist dann nicht mehr Ars Magica. Willst du verraten, welches das ist? Dann machen wir eine andere Mod. Welche? Wieso möchtest du das wissen? Ja, aber komm. Kannst du damit was anfangen? Wenn du schon wieder so redest, dann ist da irgendwas Böses drin, was ich nicht wissen darf. Nee, eigentlich ... Eigentlich will ich nicht, dass du vorher schon weißt, was möglich ist. Ich will, dass du unvoreingenommen in die Mod reingehst und in die Serie. Verstehst du? Ich will dir eigentlich den Spaß des Entdeckens nicht wegnehmen und dem Zuschauer auch nicht. Verstehst du das, wie ich das meine? Ich bin ja nicht doof. Ich bin ja nicht doof.